Servus, ich bin der Matthias von Dockhämmer und ich stehe hier bei uns im Testcenter, um euch zu erklären, wie ihr ganz einfach zu eurem eigenen Dockhämmer 10-Trenner kommt und was es bei der Bestellung und bei der Materialauswahl zu beachten gibt. Das Wichtigste beim Schuh ist, dass er passt und da ist natürlich die Größe entscheidend. Wir arbeiten mit ganz normalen Standardgrößen, das heißt, wenn du Schuhgröße 42 hast, dann kannst du auch ganz einfach Schuhgröße 42 bei uns bestellen. Allerdings, was man schon individuell einstellen kann, ist die Riemenweite und die kann man bei uns im Internet zusätzlich angeben zur Schuhgröße und dann passen wir den Riemen einfach individuell auf dich an. Und dann ist natürlich das Interessante sind die verschiedenen Materialien, die wir haben. Je nach Gebrauch variieren die natürlich. Ich fange jetzt mal an mit den Sohlen und werde euch das so ein bisschen beschreiben, was wir da verschiedene Materialien haben. Das ist das Erste, was wir jetzt sehen, ist die Sohle dort. Das ist unsere herkömmlichste Sohle. Das ist ein genobbtes Profil. Es ist einfach für den Alltagsgebrauch, sprich für den Biergarten, für den See oder für die Stadt. Wenn man dann aber so unterwegs ist wie ihr und der Maximilian, dass man sagt, hey, wir sind viel beim Campen, beim Radlfahren, beim Klettern, viel draußen unterwegs, dann braucht man natürlich eine stabilere Sohle. Und da haben wir jetzt zwei verschiedene Autosohlen. Zum einen ist das die Vibram Sohle. Die kennt man von diverse Bergschuhe, braucht bloß mal ihre eigenen Umdrehen. Und die hat ein extrem gutes Abrollverhalten. Man sieht das schon an dem Profil quasi. Und dann haben wir noch einen deutschen Sohlenhersteller. Der macht eigentlich eine relativ vergleichbar gute Sohle. Das Nächste und das Entscheidende ist, weil man ja da wirklich auch drauf läuft, sind natürlich unsere Obermaterialien. Die stelle ich jetzt einmal kurz vor. Und da fange ich an mit der Jute-Yoga-Matte. Das ist ein Naturkatschuk, der ist geschäumt, hat oben drauf das Jute-Gewebe, ist daher natürlich geruchsneutral, ist extrem rutschfest. Und es ist zusätzlich natürlich noch mal ein bisschen dämpfend. Dann habe ich drei verschiedene Farben von Kunstrasen. Da habe ich einmal rot, einmal grün und einmal blau. Das ist so ein bisschen ein belebter Tragekomfort. Das ist wie wenn man so ein bisschen über Wiesen läuft quasi, so ein leichtes Kribbeln. Und aber sehr angenehm. Was ich dann noch habe, ist ein Nadelfelz. Das ist so ein bisschen wie ein Industrie-Teppichbohnen, kann man sich das vorstellen. Der ist relativ rau, aber hat dadurch natürlich einen extrem guten Haut im Schuh. Und dann habe ich noch unser neutralstes Material. Das ist so eine Mikrofaser, den habe ich in rot und in grün. Der tragt natürlich nicht viel auf, ist sehr dünn und ist auch wieder geruchsneutral. Genau. Und wer jetzt wisst so ein bisschen Bescheid über die Materialien. Jetzt kommen sie bei uns im Internet, haben wir natürlich vorkonfigurierte Modelle. Da kann man sie einfach mal so ein bisschen durchklicken. Wenn man sie da aber wirklich gar nichts findet, dann haben wir auch noch einen Konfigurator. Und das ist eigentlich das Interessante bei uns. Da kannst du dann wirklich spülen. Ich habe hinter mir dann nochmal ein paar Materialien, wie zum Beispiel verschiedene Leder oder Wollfilzfarben. Man kann dann auch auswählen, verschiedene Zehenstege. Und wer es ganz individuell haben möchte, der kann natürlich dann auch seinen Schuh noch besticken, mit zum Beispiel einem Namen oder einem Schriftzug. Also da sind wir wirklich sehr, sehr frei. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt über unsere Materialien und ihr könnt es einfach damit losbringen. viel Spaß dabei. www.dorkämmer.de 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 Vielen Dank.